Musik Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part. Let's play Pokémon Feuergrün together. Du hast vergessen auch zu dem, oder was? Doch, du hast nur gerade die Eins rumgelegt und jetzt den ganzen Anfang rumgelegt. Pech gehabt. Ja, aber ich habe es trotzdem mitbekommen. Ich habe gleich, als du rumgelegt hast, habe ich gleich gestartet, weil ich schon mir gedacht habe, du hast die Eins gesagt. Fuck. Ich wollte eigentlich jetzt erstmal tauschen, mein Team. Ich habe übrigens trainiert. Jetzt habe ich Karpal aufbauen und muss gegen meine Rivalen kämpfen. Achso. Ich sollte mein Teamsteam ausmachen. Ich weiß nicht, was du bist. Teamsteam ist gar nicht drin. Ja, du bist sehr am lecken. Ja, es ist Teamsteam. Das ist mein Koppel. Das ist eine normale Attacke. Was gebe ich dafür auf? Übrigens bin ich jetzt endlich mal weiter als Amy, obwohl sie gerade eben aufgenommen hat, alleine. Ja. Den ganzen Berg durch. 36 Minuten. Und immer nicht am Ziel. So ist man schon. Wow. Dead Damage. Äh. Man sieht hier, dass mein... Wow. Äh. Das ist dein Wow. Ich mach mal ein bisschen die Sounds la... Äh. Leiser, klar, lauter. Meintlich. Ich soll auch mal Sound die anmachen. Man hört die Duell-Sounds nicht mehr, weil... Äh. Ja, Skype gegangen ist. Anruf. Klingeling. Oh, bei mir wieder so blau von mir. Ich hab wieder vergessen, äh... halt, äh, Sound anzumachen. Ich mach nämlich immer, wenn ich Trainings-Session hab, mach ich mir Musik an. Und, ähm... Pokémon-Musik aus. Jo, Pokémon-Sounds schalte ich eben am PC aus. Der ist einfach so am Rumlegen. Das ist so lustig. Äh, was soll ich denn? Das ist dein Tell, wenn dann... Nein. Bei mir kann gar nichts rumlegen, weil ich ja einfach gar nichts offen habe. außer hier selbst, die Internetseiten. Otto-Frag. Aber die brauche ich auch zur Zeit. Ich zähle mal durch, wie viele Internetseiten. Eins, zwei. Das ist deine Hilfe, wenn er... Zwei. Zwei. Fünfzehnten Seiten. Aber es lädt nicht, deswegen kannst du nicht bei mir lecken. Natürlich. Wenn was lädt, ich hab kein Facebook auf. Also lädt nicht. Hä? Ja, bei Facebook-Klitz meistens und so. Sonst hätte ich da gedacht, das ist das Problem. Ja, ich habe kein Bild. Und, was kann ich verliegen? So, eine Idee war. Stillstunden. Eigentlich, wenn es an diejenigen würde, dann müsstest du mich doch auch Legihaft hören. Ne, weil, aber an die Katze liegt, weil wir gelortet, ja alles richtig, nicht alles. Keine Ahnung. Wedenfalls deine Stunde ein bisschen Legi. Das ist aber heiß. Es ist wieder okay. Du Scheiße. Ja, ich glaube, ich bin in den Kampf dank meines Charmandars. Äh, nee, Charmandars. Das ist nicht so effektiv. Wow. Attacca. Abra. Aber es ist eines der nützlichsten Pokémon. Gefängs ist, es hat Teleport. Ende. Ja, besiegt. So, mal gucken, was ist das für eine Attacca. Oh, das ist einfach nur so ein Hiebschlag oder sowas. Um Rumschlag. Und dazu Bad. Da siehst du nicht, was ich mache. Es ist einfach schon wieder so leise. Das macht mir Angst. Was hat dem Ding jetzt gegeben? Aha. Oh. Was ist das? Ein Wissenschaftler? Das ist ein Suponaut. Ach, den Suponaut hast du gemeint. Ich habe ihn nämlich in einem anderen gefunden. Was ist? Es gibt zwei Suponauts in der Höhle. Die ich erst gefunden habe. Was für Dinger? Super Nerds. Der hört nicht so. Ich habe dich nicht richtig verstanden. Warum? Keine Ahnung. Weil ich es kann. Ich bin zu leise. Nee. Ich kann es einfach. Nee. Übersteuert. Du bist eisgut. Du nicht. Pech gehabt. Du hast du nach Hitler angehört. Nicht gehabt. Nein, das ist jetzt nicht mehr so. Nein, das ist Lein. Polo auch nehmen wir zu voll das ist doch nicht im Ernst der Beobachtung da war einen Punkt man ist fast da und die auch dort so richtig gemacht ich meine Ich meine jetzt das Pokémon, mit dem ich am einzigsten den schlagen kann. Er hat als einziger eine Bodenattacke drauf. Mal gucken. Nein! Warum ist Voltpo einfach schneller? Jetzt sind die zwei raus, die effektiv sind. Jetzt habe ich nur mein Pikachu und Capodoro. Ich meine, ich habe auch in einer hart geholten Arena geschafft, mit dem Geradort, was Platsch und Teckel hatte, die Arena-Leiter besiegt. Mirka, ich sterbe! Oh, ich habe gerade irgendwie so richtig Kopfschmerzen. Ich habe Hunger. Wenn ich aufnehme, habe ich Hunger. Ich habe gerade Hunger. Oder ich esse was in der Aufnahme. Ich habe gerade hier was gegessen. Irgendwann gibt es noch her. Nein, ich lasse mich nicht immer zu lernen. Ich mache einfach Splash. So, bin tot und muss jetzt alles nochmal anfangen. Und jetzt habe ich schon wieder den ganzen Gang. Aber Kleinstein war doch tot, deswegen konnte ich es nicht machen. Och, und jetzt kommt doch noch ein Gegner. Und du bist am Rauschen, was ist denn bei dir alles los? Das ist deine Schuld, bei mir läuft alles. Bei dir ist alles scheiße. Hör ich mich genauso an? Nö. Pauschal, Leggy und so weiter. Nix. Nix, nix. Dann kann ich ja nicht an mir legen. Und das ist ja nicht so, aber auch kurz. Naja, eigentlich war bei dir eh schon alles so, von Anfang an. Schon scheiße. So, bei Faktik? Okay. Ohne, das ist ja auch nicht effektiv. Okay, doch. Du bist da. Du bist da. PANDACAN. Okay. Da sind wir PANDACAN. PANDACAN. Und ich kann einen neuen Anime, aber der... ist er fast gepokt ich proben und fenstern für jubi-o-fans Prozent Warte mal hikari No ich habe es bis 46 gekocht das ist eigentlich mein man ist auf einmal los weil vorher fragte er immer wenn du ein Punkt um die Tasse der Weg sich jetzt wird so aufwechselnd das sein der Pfad der normalerweise weil es bei dir auch nur noch selbst wenn das letzte Progermann da ist wenn ich wollte Mainz mit Bussleppel 11 geworden Smetl dann leckte ein an die Schilder mit dem gehen und das ist lustig ganz frei ich bin richtig zahnschmerzen ich habe trotzdem irgendwie im zahnfleisch anzunehmen können an dieses geschehen ist hier ist wahrscheinlich hier so weil das meine weiß jetzt zählst die Kiefer sind Romisch an diesen Sägen die er genau direkt mit denen ist auch gar nichts als gerade alles schön keine Zahnspange nichts dort reizt heute ist die Kiefer zu klein zahl zu groß abschleifen wie heißt es ich habe ein kleines Überpiss kleiner Überpiss wenn ich heute frage warum ich auch immer so geistert wegen den Spiegel nebenbei Pokémon und und ich wollte noch gegen dich kämpfen nicht nein ich meine jetzt wenn wir gehen gehen gegen den hat ich ja gewonnen gegen den Supernord hab ich verloren gegen Supernords verliert eigentlich zum Beispiel ich kann ja nicht mal mir liegen oder Ortschafts aber bei mir ist ja alles selbst gerade in der Aufnahme habe ich zwischen 41 und 42 FPS das ja so dann meine Aufnahme gut ist es mir auch egal alles egal weil sie sind immer sehr viel egal 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 ich muss gerade überlegen habe ich das Video schon angeschaut welches ein neues Pokémon togara was wir spielen unser Urstaatjolka er steckt es ist einfach alles falsch und noch kurz gucken sie hat es wieder umsonst in der Bibel die erste Tag was soll dachte Tate der Broters doch wenn er wieder hier als ich nicht macht er Sankt erst auf die Zeit in der Welt doch ja aber da hat halt vorkommen und sieben da aber er macht wieder wie ich ihn der Wartung nur weg gewesen als er keine gemacht hat weißt du aber oder was Nein der war muss sich glaube ich Anwalt suchen etc etc warum Ah ne das war eigentlich nur bei Varo wo ich das mitbekommen hab als sie weg waren das war das einzige Mal als ich bei Tattel geguckt hab ich hab nur einmal bei Tattel nachgeschaut und das war Varo und zwar auch nur ein Video Varo oder Varo 2 Varo 2 Varo 2 Sleep Powder ähh ähh ich guck nochmal nach Seper auf Pokewiki Seper ja Seper was ich hab damit ich halt äh weiß was sich das entwickelt würde ich nämlich gerne wissen so ist es doch auch ähm ja was ist dann so 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 das so 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 einst bildlich ist gleich die rote als der kanal verliebt guter Kumpel von mir ich kann nicht sagen jetzt die ganze Zeit wegen dem Karten die Kugel die Züge ich mich verliebt weil er ist wahrscheinlich vorbei wenn ihr das Video sieht seht, weil ist ja... Ich nehm's auch, wenn noch nicht alle Videos oben sind. Das ist so gut. Seemon muss sie weiterentwickeln. Seemon, Level 32. Und da musst du mir mal einen Gefallen tun, Benni, weil ich brauche... Ich muss das dann tauschen, während es Drachenhaut trägt, damit ich Seedra King bekomme. Also soll ich das tauschen mit der? Ja, wäre nett, weil dann kriegst du... Du hast das auch im Pokédex mal, Seedra King, ne? Ja. Nein, 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 nein. Hat es dem für nichts geholfen? Ach, nein! Jetzt ist es ein Kleinstein, ich hasse dich. Kleinstein ist auch scheiße, aber was? Nur Kleinstein. Wegen Voltoball. Ich hab natürlich das Glück mit, ähm, zum Text, so, das hat Drachenhaut, was kontinuierend, was, äh, immer gleichen Schaden macht, das macht, egal was passiert, wenn es trifft, wird sich Schaden. Es sei ja, jetzt ist es so effektiv und ein Volltreffer, glaube ich. Boah, endlich das Kackbeute bei... Boah! Äh, das Glück hast du natürlich nicht, sondern du hast einfach einen, äh, scheiß... Du hast eigentlich wieder mit dem Block? Du hast eigentlich wieder mit dem Block? Du hast eigentlich wieder mit dem Block? Ja. Ja. Hab ich schon lange. Wie will ich ja wissen, wie geht? Ähm, Rock ist 20. Hartmann, hat es seine Tat. Du hast ganz... erarbeitet werden auch so und jetzt noch gehen wie er ist er nicht immer ich brauche es dir nicht fragen du weißt du nicht was über was ich gerade rede persönlich geht gegen was ist effektiv ist ich habe aber die jeder gewollte hat wollte was geht uns fünf zieler geworden hier sind da gibt es die ersten nacken es wir haben das neueste und dann geht es erstens mit ganz Goldtack gehalten wird und weißt du was hat hey jetzt eigentlich die Brocke beitreten er ist nicht sprechen ich mach dir so ein gewohnt nix denn es gibt drei Leute von den ausgeschabten und selbst gemacht wir können es nicht macht wieder hinterher der Welt oder Heilung alles der weitergarten sind bereits seitdem und jetzt verschmetter an die das für sie das sind fossile der Aktion Du leckst da einfach rum! Halt, Stotze! Ich hab nichts verstanden. Du bist scheiße. Du bist der Lehrer. Halt, du bist der lecker. Ich hab mich ja verstanden. Du bist der Lehrer. Ja, ich hab mich auch gerade so verstanden. Habe ich jetzt echt Lehrer gesagt? Man versteht sich selber falsch. Wie bist du eigentlich? Keine Ahnung. Die, üben gerade Karate, okay. Ach, die Bahn muss näher. Oh, Megakick. Das ist für Kampfgut. Nee, brauche ich aber nicht, weil ich nicht weiß, wo. Was mit dem? Gibt mir auch Megakick. Megapunch. Das ist ja so anders. Ich will ja bei Team Locked beitreten. Das ist doch bestimmt voll cool. Juhu. Ich hab zwar dann richtige Kacken. Das ist halt untertan. Untertan? Ja, ich fick die alle. Ich rotz die alle weg. Ja. Ich wär der Boss. Der Boss von Boss von Team Locked, ja. Ja, wir sind nochmal. Ich weiß gar nicht mehr, wer ist. Ich weiß nur... Der Boss ist Giovanni. Ja, ich weiß den Namen nie. Ich hab's nie gewusst. Giovanni. Hab's nie gewusst. Ey, jetzt weißt du's. Ich bin genau in Pumelow reingestürzt. Ja, Pumelow. Hab ich aber. Ja, Pumelow. Ja, Pumelow. Aber es kann... Ja, Pumelow. Ja, Pumelow. Es kann sehr viele Attacken lernen. Hab ich schon festgestellt. Ich hab TM 40 bekommen. Was ist TM 40? Was? Ah, ich hab Anziehung bekommen. Anziehung. Ah ja, ich hab hier... Ja, das kann ich. So, ich fahr mir jetzt noch ein paar Wochen, wo das denn der Ausgleich für Paras, weil Paras kann ich irgendwie nichts anfangen. Para? Weil Bidl, äh... Ercheint. Ne, das, äh... Ach so, Bidl. D, 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 Rhein, jetzt aber jetzt, aber jetzt, Gott, WC. So, ich guck mal, Freikzus. Ich kann ja auch kurz zeigen, weil ich hab unterwegs da noch TMs gefunden. Oh, ich hab die... T, M, 46, weiß ich, TM 5, was, mal gucken. Ich hab nämlich die Inseln der Zeit auf, über die ganzen TMs, was die bedeuten. Äh, TM 5 ist Brüller. Für 1.000, äh, Pokedoller, im Einkaufszentrum, Mondberg. Ich hab's gefunden. Guck mal. Guck mal. Guck mal. TM 9 ist ja... Es ist, es gibt irgendwie der Pokedoller, es gibt doch auch schon Teuro. Ich nenn's aber Pokedoller, weil das das Einzige ist, was ich kenne. Ich hab auch fast Doller gesagt. Ich hab' den Pokedoller gesagt. Ich hab den Pokedoller gesagt. Ich nehm' mein Pikachu. Oh, ich freu mich auf den Nudelsalat. So. Nudelsalat. Nudelsalat. die da hat nur 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 im lecken wussten wir müssen hier Fahrräder Fahrräder Fahrrad Prozent der Katz Ahringabein gefunden der Beauftragten die Stadt A ich spreche hier ist mal ich meine jetzt nicht weiter hier bei den Punkten und sind es nicht noch mal dann vor dem Boot der Krauskommel Sprenger zu wenig sind in der zweiten Stadt sein ich bin auch gut wenn man stirbt kommt bei ihnen ich würde mich besuchen alte Oma altruf von den Prozessor aber ich weiß was es ist weil ich dass sie diese Stadt ich glaube es soll ich kann sich nicht verstehen weißt du was diese Stadt ist noch mal die Haare das ist sicherlich ihn wissen weil hier alles noch auf der Internetseite ist da war jetzt aus dem steht es auch auf der Karte ja da war jetzt eine ganz tolle Stadt richtig so der Musik bei mir kann man kommen man bräuchte eigentlich vermisst die Lernpflanzen Pocomonga was ist die Pflanze, Elektro Elektro hat mich ja also und Körner und damit die Karte Koma Strasse wirftet eigentlich nicht die Karte ist direkt am Anfang gestorben t also habe ich die mit Bibliothekste glaube ich fertig gemacht macht gemacht wie die Texte ist es geht die Katze hält einfach nichts aus aber man will sie eigentlich im Flucht sein das ist ja so ich hab's mir nicht gekauft nee ihr habt es irgendwann mal gefunden Flucht sei es für nützlich für nützlich für nützlich für nützlich ja ist es das ist das ein paar abschmiert aborten m das regnet und regnet zweiter die die Erde das Eich warum kann ich jetzt sie ansehen das nutzt ich mich und ich am liebsten ich bin vor Ort für uns der Repo du ja auch gerne ich bekomme der Regis hat wenig übrigens vier fünf vier vier der 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 er ist nicht der der du lässt ein paar nur um die Gäste die in diesem kleinen Lied die nächste um ein war das mal jetzt nur jetzt ist dann wurde es ist der Weg geht bei der Gäste und gleich daneben ja da ist die Wahl die sein das sein sein wie ich jetzt nicht und das abkürzung nicht gesehen so ich gucke es mal was so und noch alles ist so ist mal alle Häuser und gern die ich zum Beispiel und ich habe vergessen schild Mahae gerade Fernsehen ich weiß nicht warum du rumlägst ich kann noch scheiße ist auch die Verbindung ist sogar auf Geld aber weich das sind die erste Weiß bei mir wird es eben fast immer Geld angezeigt ich muss mal gucken ich weiß es ist ein amal 1 aber laut sich ich hatte keine Beschwerden meine Eltern sind nach Hause gekommen als vierte angefangen haben zu telefonieren ha die wollen einkaufen bei der Eltern sind die Gaben da habe ich direkt eingeschrieben ey jetzt lass aufhören ach soo deswegen der ist einfach weiter am rumlegen keine Ahnung wie lange die mal auf das weiß ich nicht ich kann die Uhr ich kann die Zeit einfach nicht sehen den Halt da ist einfach jemand einfach am Schwimmen was ist da los 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 wir liegen da sonst so was ja Elektrik-Typ dacke 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 ich möchte hier unbedingt auch flammen dacke erst mal kurz mit Smetbo machen dacke es nicht erkennt die Foto ach da ist er dieses Seeperchen als der ja gemeint hast das ist voll geil die Strasse war die Psycho gegen Wasser und irgendwie ist das ist normal effektiv am besten ist gegen Wasser äh Pflanze Elektro und und so hab ich nicht ja Pflanze Elektro und gegen äh gegen Psycho jetzt bitte mich verabschied ist Unlicht und Geist glaube ich was Unlicht hat mein ähm ein weiteres Shiggy ne so und ich hab's vergessen hat es hat es äh bis oder so ja hat bis ich möchte das gegen Style mich schicken ach Pikachu ist gerade auf Level 16 gegangen ja ok gegen oh sehr einfach Level 16 Level 16 mal gucken das ist One Hit das ist der One Hit Bild oder was nein das geht hier trainiertes trainiertes zu gehen nahe m gerade hier von Marino das und heute hatte 1 ähm nicht sie es sei nein ein Mann ich hab alle bis jetzt immer in Gang mit alles richtig easy so hast du einfach umgegangen ja das geht ja ja das kannst du gar nicht umgehen ja das geht ja ja das stimmt die das ist dann ja die nicht die Börsen ach doch da die kleine ein oh ein Gordini die hat ein Gordini ich mach kurz mal Konfusion mal gucken oh Gordini haut rein Gordini 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 Konfusion ist nicht eh gut so wie ist es wenn es auf Pikachu ist ah Gordini ist confused und ein Hornattacke au ja wenn's confused das ist es gut weil Confusion bringt was äh super effektiv das ist es nicht mal das ist so geil einfach wenn der bei Konfusion irgendwie Flammenwurf macht kann sie sich selbst verletzen wie auch immer ja das weiß ich ich glaub das hat sich selbst beschlagen hm es schlägt sich selbst wenn es flammenspricht pff ok boah gg will ich sagen warum hab ich jetzt eigentlich Paras reingestellt warte ist die Fette weiter Horsi hallo Misty ich will mit Misty reden hallo wirst du ah jetzt geht's es hat nur rumgeleckt und meins irgendwie und das liegt alles an mir genau das spiel selbst das spiel selbst nicht ich genau liegt alles an mir das hat vorhin auch schon so umgebackt als ich gelaufen bin ja siehst du bei mir läuft alles flüssig nein als ich angefangen habe mit einem aufnehmen ja ich nehm doch auch auf aufgott stehrende gegen das ist dann nur richtig gut das ist das ist halt was auch sind sichern also haben was sich hat er nicht soll ich gehe ausreichend ist das so ein Pumelo oder Dixi äh ich komme rein und will sprich das anstieg ja eine Pokémon neun nein Pikachu auch näher jetzt mal jeden kurz mit es hat jetzt was sind wird mit dem Prozent er wird das heißt er ist jetzt ein Pokémon er war ein Pokémon so jetzt mal kurz mal rock ist es besser Prozent Stami Ohr wird Püppel Stami Stami ist das selten wie mit äh Stern-Doo ist einfach über die Weiterentwicklung er ist sogar höher geläffelt als Stern-Doo ja weil es die Weiterentwicklung ist ja ich weiß ein Level wäre ja schöner aber gleich auf gleich fünf Level mehr wo ist so viel XP Wotafuck so jetzt nach Stern-Doo jetzt die Lager-Dotter-Abkürzung gegen keine Trainerkämpfung und zweiter Köln wobei gegen Trainer zu kämpfen wo mein halbes Team am Arsch ist legt einfach weit rum aber ich habe es trotzdem ein bisschen verstanden gut Stern-Doo hat sich grad nein die Scheiß-Potion und nochmal bis oh 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 und sterben das ist eh nicht sehr effektiv also es kräft den nur mit Wasser an und Level 22 okay jetzt ist er auch noch am Rauschen keine Ahnung was ist da los ja ok mein Poké mein Poké Cent hat grad gelegt das war einfach komplett schwarz bei mir lagts auch gerade 3 FPS das liegt gerade what the fuck ach ja du nimmst doch mit Flaps auf mit Flaps aufnimmst du eine Hale jetzt wird sich weil Flaps schränkt generell alles ein welcher Server bist du nochmal welcher Channel meine ich äh Channel 3 grad wechsle ich grad mal so da geh ich erstmal wieder äh äh warst du bei der Arenaleiterin hast du dich schon besiegt ja wo ist denn du gerade ähm Pokémon Center oh du hast denn voll weggeklatscht ich versuch dich mal in Pokémon Center geh die Party ab warte ich setz mich neben den alten Mann na du ja also man du hast du eigentlich mit Pokémon ich guck dich mal an so oh scheiße ich kann ich ich wollte mal dein naja dein Team ist nicht ich will dir mal dein Team nehmen einfach mal so zu gucken mein Team besteht aus Smetbo Capodor ähm Beißentwicklung von Shigi Pikachu und noch Kleinstein Pummelow habe ich in die Box gepackt ach ja ich wollte aber das auch noch in die Box doch ich packe jetzt Paras in die Box und ich glaube ich hab' Mautier aus Mautzy aber jetzt beginnt an zu wie wenn mir ein zu legen aber immer nur noch das Projekt bei mir hat's einfach plötzlich wegen dem Server gelögt soll ich um ein neues Kapitel XC oder Mautzi reinpacken Pixie habe ich jetzt keine Ahnung nicht das ist ja ohne Vorstand zu machen wenn nicht ob mir jetzt noch sie rein ich gucke jetzt gerade mal kurz wegen um m es ist das nur das ist das zubuck zubacken es packt immer rum abgeburt das stehrenden ein Musiker der Polizist ist es hier bestimmt ich kann die Kanäle die Teil 10 der Wurzungsgruppe ich will reden wenn die Manni jetzt hier jemand wird kann mit mir tauschen und irgendwie riecht sie gerade gut ich denke meine Mutter macht es nur los laut das machen die doch da bist du darf ich jetzt freuen darf ich jetzt treuen nein ich höreste du musst jetzt oben laufen ja habe ich auch gerade getan also ich sehe dich da so in der Ecke vorbeigehen will ich hier schon ich bin da schon dran vorbei er hat sind los mit ihr haben sie sind auch der hat das ich weiß nicht was dagegen effektiv ist entweder ist es manchmal stein und und so anspringen die Jodd weiterentwicklung von Topsi das ist nicht das heißt ganz bestimmt nicht aufs der Giotto die Jodd Ja, irgendwas mit Pit. Ja, dann ist es Taubsee. Es ist nicht Taubsee. Das ist Taubsee. Es ist weiterentwickelt. Welches Level hat es? Jetzt kann ich es nicht mehr sehen, weil es jetzt gerade gegen diese Samen eingetauscht wurde. Wenigstens konnte Batapuini noch was Nützliches machen. Oh, ähm... Ich habe keine Portion mehr. Äh... Feig nicht, sondern Pokémon-Tauschen gilt können. Ach, dann kann ich dann wissen, machen. Jameleon. Wenn sie, senden diese Samen, hat aber noch nicht... Super effektiv. Bis... Gut, bei Ihnen fast. Nicht back, what? Oh, 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 oh. Mach mal ein bisschen. Schnell. Der hat einfach noch 4 Punkten. Oh, eh... Ich hab auch 4, aber fast alle tot. Jetzt kommt der... Mh... War ich kurz mal das? Oh, das ist schneller. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nein, ich hab jetzt gerade, äh... Schaufler bekommen. Oh, 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 oh. Super effektiv, aber trotzdem... Er schnellert sich. Ja, ne, da kann ich da nicht gehen. Pokémon 6 sind auf... Pokémon 6 sind auf... Komm, wir mal den wieder. How can I open the map? Sag der deutsche Pole LP. Was ist? Wer ist Pole LP? Du sagst ja gerade im Chat. Wo? Was für Chat, ne? Ähm, den Chat. Ja, bei mir zeigt irgendwie nicht mehr alles an. Ich hab's ja so eingestellt, dass ich nur die Deutschen singen kann. Wo? Wie macht man das? Die Flacke anklicken. Ja, hab ich. Trotzdem zeigt er mir auch so, äh... Pokémon, ecu, cu, asis, solo, somos españoles. Was? Ich schreib mir dem Pole LP, wie das geht. Oh, okay. Ähm... Fight... Rockouts... Gut. Nicht so effektiv, das ist gut. Ja, erstmal mein... Sich wieder heilen. Super effektiv. Oh, endlich ist das Vieh tot. Ich hab irgendwie richtig fette Kopfschmerzen. Schöpfetten Hunger. Was hat der Abra? Dagegen hilft dann am meisten... Unlicht. Oder Geist. Oh, der mein Kleinstell macht sich selbstständig und tötet ihn. Ja, so kann man das auch machen. Ja. Kleine Stelle hört auch gar nicht. Ein Ratzfatz. Und hörte schon wieder nicht auf mich. Es hört schon wieder nicht auf mich. Aber es hat trotzdem erledigt. Wann ist wenigstens erledigt, dann findest du es gut. Ich bin super. Ich bin super. Ich bin super. Ich bin super. Alles macht... Alles macht sich jetzt voll selbstständig. Tschüssi. Was ist denn aber? Ich bin super. Oh yeah, right. Woah. So was war das? Ich bin super. Was sagst du? Was so? Was sagst du? die diese das gleiche bei mir aus dessen das war genießen das war die bei mir lexel schon die ganze Zeit freuen und sie ist auch gerade gelegt also das war ein göttliches so bis jetzt so dann ist ein pokémon arena aus ich gehe dabei scheitern urania city steht bei mir aber das habe ich nie das habe ich nie gelesen die urania city urania city gibt sie gar nicht oder ich auch und das vielleicht verändert was zu mir ich denke mal es war zu original gewesen nein die größen waren ja city gibt es ja auch nicht was fuchs hier an fuchs jana wuchs der Welt die gibt es hier ja da ist es natürlich der m zirka muss es sich auch die ehl englischen da nicht die deutschen wer ich heiße es ist vielleicht Teil gibt es ja auch bei er war der kreisest deutsch an das äh englisch um feuer wird zu schreiben wo bekomme ich verliebt hat her es gibt es nicht weiter erlängt weiter auf die schnauze so gut so ein bisschen hier gucken bei feier wird der kotz immer bitte wo dies Prozent zerschneider herbekommen ach zerschneider das weiß ich das habe ich vorhin nach um ich habe hier alle tms-Kreditor zerschneider bekommst du erst vom Käpt'n der ms Anne ms Anne ja irgendwie würde ich so denken mehr oh geil Abra 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 will ich haben wenn ich jetzt keine Pokébälle mit habe bin ich böse ich habe fünf Pokébälle immer mit ich habe einen Pokéball mit aber ist Level 14 ich so konnte schon wieder was gucken wollte das soll ja stimmt kurz noch mal das Spiel aufgeschlagen weil es wieder sagt die Teleport und Maud sie ist hier ja ja ich schon ich brauche Spannschmerzen wird sogar Level 19 mit sich die direkte so hier ist englisch irgendwie sie sein bisschen aus wie genau nun Französisch sie wirklich so hier kommt es gibt so ein Buch für mich nimmst aber hier wird den ganzen sollte nicht angezeigt und die wird sich angezeigt wie die Städte heißen ich mache kurz mal auf deutsche besetzen das war alles auf deutsche besetzen hier dessen Remake wie immer Grundstück das Grundstück falsche Versetze woher was ist das Wort was naja gerade beim übersetzen von dieser Seite weil hier wird es einfach nicht angezeigt wie die Leute in Städte heißen Feuerholz natürlich klar oder auch hier die Buchmann Pension gefunden die Lektweite aber auch Orten nur gerade bei mir auch hier die Buchmann Pension gefunden okay bei mir wird es einfach nicht gezückt wozu die MSN ist wozu die MSN ist das sind einfach Versionen wo genauer bitte wo die MSN ist was du lädst einfach nur rum Hika was du sprichst warte mal bei mir Prozent Prozent und die Vermeckung es ist es die Fakt jetzt ist es nicht gerade so an die so ist es sagen den Telefon besser ja gut ich würde mich nicht so machen weil Google mal bitte wo die MSN ist äh MSN ja also MSN aber in Englisch finde ich einfach nicht die ganzen Leute oder überhaupt das S kent ich mache noch kurz komplett lösung die Lerweite Bucke Vicky jetzt hat es als erbte Stil wie er da passt jetzt was anderes Uranias City ist aber echt schon weit weg. Wo ist Uranias City? Route 6. Was sind die? Oh ne, das ist Cephrion. Also du brauchst einfach nur nach unten. Nach unten musst du gehen. Das ist Uranias City. Also hier kann ich mir schon... Ja, denke ich. Da kann ich nicht hin. Da sagt er, ja, die Straße ist geschlossen. Dann gehe ich Lavender-Turn. Da komme ich auch nicht hin. Dafür brauch ich den Schneider, um dahin zu kommen. Da musst du wohl noch was davor machen. Ja, eigentlich nicht mehr. Ich hoffe, dass ich jetzt gerade hier nichts abpreise. Aber ich kann hier nichts mehr davor machen. Was soll ich davor machen? Geh doch mal auf die Kruppelle und sag einfach, was machen muss. Ab der Arena-Berbistie. Ähm... Rote... Gott's mal gucken, hier ist ein Mond. Wer... Wenn es ganz liegt, Sternstück, was? Liegt ein Sternstück? Ah ja, der hatte auch mal den Mundstern. Ich habe einen Moment. 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 okay auch bei meiner Augenblick zum Ende übrigens bei der Weichung zweitens hoher Schensplatten er hat heute Norden gibt die rote 24 auch immer und ich bin um und ich 25 muss man können und so was 425 24 danach danach kommt wenn man 20 nicht sofort wichtig erst wenn man auch zur real city verlassen dann kommt rote 5 dann kommt tunnel fort dann kommt rote 6 da gibt es glaube eine abkürzung rote 25 und dann irgendwie muss man dann wieder zur rote 5 ich gucke erst mal ein bisschen nach ist noch rote 5 kommen oder kannst du aber schöne viele trainer finden besiegt man alle fünf trainer auf der brücke im betrieb dass mit der sechsten personen so kommt man ein nacket das ist ja die versammlung der hat das sind alles wir und die ganzen oberhalb der brücke liegt am boden die tm für mann 40 hast du auch schon der brücke reiz ist ab und dann ab die gesamten abrufen wieder um einmal ich konnte er den rote 25 skaten bis hin zum tieren ja am ende des weges ist das küstenhaus in dem bild wohnt helf ihm und erschenkt dir zum dank ein boot ticket am bootstück für ein schiff nach in urania city und dann musst du zu rote 5 ja bin ich gehe bis ende von rote 5 und in das tunnel vater aus kann auch noch am ende ist ein tunnel vater aus das ist die komplette so ich glaube ich weiß es darf noch ja ich darf ja wegen dem politischen stu warst du ganz sehr tot gewesen ich bin aber immer dran vorbeigegangen weil ich dachte das ist einfach ganz aber scheiß haus hahaha in der so gut wie um nur 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 die gute 6 bitt ist dann sind wir später seine Folge schicken keine Ahnung wenn Mikrofon hat sich einfach ausgestellt aber es ich habe es nicht abgezogen und jetzt hat sich alles aufgehauen das ist doch nicht dein Ernst so viele jetzt darf ich auch noch Raps mal starten es gibt die Staubein aber ich habe eine Aufnahme und dann halt bis jetzt Prozent speichern doch die wird ja immer gespeichert der dritte bei mir doch immer es hängt sich auf und dann kann man es nicht richten da kann ich dann nicht ändern direkt ich kann es nicht sonst nicht hin ich krieg die Krise die Krise so Leute sieht man wie ich verzweifle ha doch mal Pokémon aktivieren Pokémon aktivieren da hat sie aktiviert abgibt tsch ich kann das Ding jetzt endlich mal laden uns löschen können auch habe ich jetzt so gelöscht und uns geladen ist es ist laut volles kopieren es sitzt auch der Massennachricht und jetzt ist es ist es so mega laut nötig 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 und ob jetzt mein Passwort vertreten nein k z hieß noch online und ich habe verzweifeln und ich darf die Steuerung erst mal alles umschieben ja lol ist lol 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 sie hat gerade von Taubsi auf Taubsi gewechselt Taubsi Taubsi da hat sie zwei Taubis äh Taubis klar wahrscheinlich drei aber warum hat sie gewechselt von Taubsi auf Taubsi sie hat eine Taubsi Meise also also er ist so ach verrückt die hat die hat ein Vogel ha 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 ho ha ha war der Glosz sch schau mal ist das ein Vogel ein Flugzeug es ist ein es ist ein 3 3 ich glaube die meint es war die erste ich weiß es nicht meint es war so also schlag mich bitte ich hätte falsch schlag dich das ist schlag aber meine Zuschauer dürfen nicht schlagen Prozent er schattet zu aber ich glaube das ist jetzt auch gleich mit dem einen Aufnahmen und schick sie mir gleich nicht wie letztes Mal verliebt auch nicht ich werde hier eine Aufnahme ich sage jetzt auch bis jetzt nicht mehr letztlich